Die Tasche hat also gut, das würde mir gut gehen. Außer im Fall der möglichen Zukunft, in der ich in zweieinhalb Minuten gehen muss, noch bevor er mir das Magenmittel anbieten kann. Also alles in allem würde ich sagen, nicht gut. Es geht mir nicht gut. Aber es kommt drauf an. Wie können wir den Karl finden? Halten Sie mich für blöd? Was ist hier? Das Wort hier ist ein relativer Begriff. Er ist ein fünfdimensionales Wesen. Sie erleben und visualisieren unendlich viele Zeitraummöglichkeiten im selben Augenblick. Das kann ja heiter werden. Gute Arbeit. Halte, halte. Sie müssen mein Tod verlieren. Okay. Ich kann diese Citar-Musik nicht mehr hören. Ich sehe, was ich tun kann. Ich rede mit X. Hey, ich kann die...